Und dann kommen wir natürlich auch nochmal zu NFC 18. Ich kann zu vielen Kämpfen nicht so mega viel sagen. Änder noch ein letztes Mal jedes Thumbnail. Ich hatte sie für die Woche, dadurch, dass es ja ohnehin alles Highlights werden. Alle bereits vorbereitet, können wir nochmal kurz drüber sprechen. Ich kann, wie gesagt, nicht zu allen Kämpfen was sagen. Ich bin nur bedingt in der deutschen Szene verankert, aber es wird natürlich Spaß machen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es wird auf jeden Fall auch einen Vlog geben. Ich hoffe, ich nehme viel auch von den Kämpfen selbst mit. Ich habe einen Medienausweis bekommen. Theoretisch könnte ich da wirklich überall draufhalten und dann eine Menge Highlights hochladen. Aber es macht halt auch nur bedingt Spaß, auf so einem Event zu sein und dann durch seinen zweieinhalb Zoll Bildschirm der Kamera die Kämpfe zu gucken. Aber auf jeden Fall werde ich Tyron Pfeiffer begleiten. Auch bereits in der Fight Week. Habe im Vorhinein auch schon so ein bisschen Trainingssequenzen mit aufgenommen und da ein bisschen was zusammengeschnitten. Ein paar Stimmen von seinem Coach eingefangen und werde halt auch so Sachen wie das Wiegen und das Face-Off und so mit aufnehmen. Also auf den Vlog könnt ihr euch bereits freuen. Aber es gibt natürlich auch diverse andere gute Kämpfe. Raul Leberanski natürlich jemand, der bei einem Event, das schon auch sehr vom MMA-Spirit geprägt ist, nicht fehlen darf. Jemand, der mich fortlaufend mehr überzeugt hat, muss ich sagen. Als der so auf der Karte bei NFC aufgetaucht ist und die ersten Kämpfe von ihm stattgefunden haben, habe ich ihn nicht schlecht gefunden. Aber ich habe noch nicht so ganz seine Klasse erkannt, würde ich vielleicht so auslegen. Das ist dann kritisch mir gegenüber und nicht ihm gegenüber. Ich habe noch nicht so ganz gesehen, was ihn auszeichnet. Aber ich finde einerseits, er hat sich positiv entwickelt, andererseits hatte er einfach mehr Gelegenheiten zu zeigen, was er tatsächlich kann. Ja, ich kann nichts zu Abbas sagen. Von daher, keine Ahnung, jetzt hier eine wirkliche Stilanalyse und eine Prediction abzugeben, wäre einfach ein bisschen unfair. Aber Raul, ja ey, Fighters Fighter definitiv, hat auch in seinem letzten Kampf gegen diesen Grappler bewiesen, dass er auch einen kalkulierten Kampf angehen kann. Aber jetzt hier irgendwas zu Abbas mir an den Haaren herbeiziehen, ohne dass ich es wirklich weiß, will ich auf jeden Fall nicht. Deswegen, keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann nichts zu Kraus gegen Mollenaar sagen. Ich bin gespannt, ob Kennedy Rheinborn noch einen Gegner bekommt. Denn eigentlich war ja ein Kampf gegen Holodenko angesetzt. Aber leider Gottes hat der sich einen Cut zugezogen, den ich kurz an der Stelle. Ich habe mir einen Screenshot gemacht, hier einen blenden kann. Ich habe eine Instagram-Story gemacht. Ihr seht es hier, es ist ein Screenshot aus Instagram, in dem er sich entschuldigt, eigentlich nur bekannt gibt, dass er nicht kämpfen kann. Und dann kurz dieses Foto eingeblendet wurde. Sieht mir ganz klar nach einem Kopfstoß aus. Bittere Sache. Kennedy schreibt irgendwie auch drunter, ey, kein Problem, so ist. Also nicht kein Problem, aber ja, ey, gute Besserung, shit happens. Also da jetzt auch nicht irgendwie unfair gewesen. Ich habe teilweise Kommentare gelesen von wegen, ja, der Cut ist doch nicht so groß. Ich dachte eigentlich, mit sowas könntest du noch kämpfen. Schade, komisch. Hätte ich anders erwartet. Aber der ist schon nervig platziert und wird safe genäht. Auf gar keinen Fall wird der Verhalt sein bis zum Wochenende. Also das Video kam, ich glaube, vorgestern oder so raus. Ah, nee, hier, wir sind Samstag 13. Ja, vor einer Woche, okay. Okay, ähm, der wird auf jeden Fall noch offen sein, der Cut. Und, ähm, ja, da wird zweimal draufgehauen und der blutet halt wieder. Das kann definitiv so einen Kampf beeinflussen. Einerseits dadurch, dass er Blut im Auge hat. Andererseits, weil Judges ja schon auch ange, ähm, leitet werden, Blut und Cuts als Zeichen von Schaden zu sehen, was halt der entscheidendste Faktor bei effektivem Striking ist. Also, ja, so ein Kampf auch auf den Punkt der Richterzettel beeinflusst. Ich verstehe persönlich, warum man da nicht kämpft. Bittere Sache definitiv. Aber ich bin mal gespannt, ob Kennedy Raiomba so kurzfristig noch einen Gegner bekommt. Ich kann leider auch nichts zu Josef Donkor sagen. Deswegen werde ich auch hier zu dem Kampf gegen Max Heine keine große Prediction geben. Max Heine natürlich auch ein, ähm, Kämpfer aus einem MMA Spirit, den man definitiv kennt und auf so einer Karte sonst vermissen würde. Kevin Enz, ich glaube, erstmals bei der NFC. Der war ja bei diesem, ja gut, der war bei diesem NFC The Cage Event dabei. Soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, warum ich es auf dem Handy mache. Wir können ja kurz mal hier, ähm, googeln. Ich glaube genau, NFC The Cage Kooperation war sein Debüt, sein Profidebüt. Äh, nee, stimmt gar nicht. Bei Wheel of MMA hat er sein Profidebüt gegeben. Okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Sein zweiter Kampf, den, äh, kenne ich gegen Finn Grießmann. Und ich kenne gleichermaßen seinen letzten Kampf gegen Dominikas Norkos. Den habe ich bereits, ja, ähm, ausführlich studiert. Dadurch, dass Norkos bei The Cage eingeplant ist. Ähm, gegen Karan Mosebach. Und, ähm, ja genau, bei den Containern war natürlich Kevin Enz dabei. Aber ich habe halt eher die, ähm, die Profikämpfe jetzt im Kopf gehabt. Hat tatsächlich auch, hier fehlt ein Kampf. Hat mal bei der GMC gegen Tyrone gekämpft. Just saying. Der wird hier nicht mit aufgezählt. Aber whatever. Ähm, ja, kommt aus einer relativ schweren Niedelllage, würde ich sagen. Wird auf jeden Fall gestoppt. Ist, ähm, ja, K.O. gegangen. TKO, K.O. Ich würde eher sagen K.O. Ähm, aber ja, ist jetzt eben bei Fighting eingeplant. Und ich kann leider wieder nichts gegen zu Pottskotts sagen. Ähm, bin aber auf jeden Fall gespannt auf Kevin. Natürlich in erster Linie Grappler. Ähm, BJJ Black Belt, jüngster Deutschlands. Das wird ja gerne mal erwähnt, wenn man über ihn spricht. Aber ihn auf das Grappling zu beschränken, ist natürlich auch ein bisschen banaler. Er ist genauso ein ganz guter, guter Striker. Trainiert sich, äh, trainiert, bereitet sich inzwischen im Spitfire Gym vor. Fährt da auf jeden Fall weite Wege. Ähm, also, ähm, ja, deswegen, ähm, auf jeden Fall ein besseres Trainingsumfeld, glaube ich, als in der Vergangenheit gehabt. Ich kenne sein altes Gym nicht. Ich glaube, er trainiert viel unter seinem Vater. Also, ich will das auch null schlechtreden. Aber Spitfire Gym ist halt eine Hausnummer. Es geht ja auch häufig auch um Trainings, ähm, Partner. Also, bin gespannt, wie er sich da entwickelt hat und wie er bei NFC performt. Heinrich Schämpel schreibt, er hat gewonnen. Der Kampf wurde leider aber jetzt abgebrochen. Ähm, es war eine Zeit lang am Boden. Kevin Enz hat einen Takedown geholt, aber Tyrone sah ganz gut am Boden aus, hat da nichts abbekommen und mit dem Budgeter Black Belt eigentlich ganz gut gegrappelt. Irgendwann kam er hoch und hat ihm diverse Linke ins Gesicht gedonnert, die bei Kevin einen Cut ausgelöst haben, der ihm ins Auge geflossen ist. Und dadurch, dass es ein Amateurkampf war, wurde nach einer Runde gesagt, ey, ähm, mit einem Cut weiterkämpfen muss doch nicht sein. Wir brechen diesen Kampf an der Stelle ab. Und es gäbe erst eine Entscheidung, wenn, ich glaube, die zwei Runden oder irgendwie die Hälfte des Kampfes, des eigentlich angesetzten Kampfes, bereits abgelaufen worden wäre. Abgelaufen wäre, so, sorry. Ähm, deswegen wurde das einfach als No Contest gewertet. Und, obwohl, ja, keine Ahnung, ich persönlich irgendwie sage, Takedown für Tyrone, also keine Ahnung, einer blutet und kann nicht weiterkämpfen oder soll nicht weiterkämpfen. Aber es war letztendlich ein Amateurkampf, ähm, von daher einfach ein Aufeinandertreffen, um Erfahrungen zu sammeln. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Kevin da Dinge ausprobiert hat, keine Ahnung. Ähm, aber eigentlich hat er sein Grappling durchgesetzt oder versucht durchzusetzen. Im Stand hat auf jeden Fall Tyrone ein bisschen besser ausgesehen. Leider Gottes kann ich auch nichts zu Broenstrup sagen, den Gegner von Balevski. Aber Balevski kennt man natürlich, gutes Schwergewicht bei NFC. Ähm, ich könnte mir leider vorstellen, wenn er diesen Kampf gewinnt, dass es sein letzter Kampf bei der NFC ist. Ich bin überrascht, dass man überhaupt noch einen Gegner für ihn gefunden hat. Komm, den googeln wir gerade mal. Broenstrup, ähm, wo der Kerl überhaupt herkommt. Ähm, was der sonst noch so veranstaltet. Veranstaltet hat, denn, achso, ich hatte doch die Karte auch hier offen. Egal. Ähm, okay, scheint ein sehr erfahrener Mann auf jeden Fall zu sein. Ähm, 17 zu 11, interessanter Record auf jeden Fall. Kommt aus drei Niederlagen bei FNC, Combat FC, Big Shot MMA. Ey, okay, sagt mir alles nix. Vermutlich sind das Veranstaltungen. Okay, Zagreb hat er gekämpft. Ich hätte jetzt gedacht, in Brasilien, ich glaube, Combat FC sagt, was ich meine, das ist brasilianisch. Ne, Quatsch, ah, auf dem UFC Fight Pass. US-amerikanische Veranstaltungsreihe. Ja, okay, ja, keine Ahnung. Ähm, gegen Parker Porter gekämpft. Interessant. Ähm, wird jetzt, glaube ich, niemanden schlau machen, durch diesen, diesen Record zu scrollen. Ja, bei Dschungelfight war, war unterwegs bei dieser brasilianischen MA-Reihe von diesem Walid Ismail. Ähm, also doch eine Zeit lang in Brasilien natürlich erst mal gestartet als Brasilianer. Ja, keine Ahnung. Ähm, 1,85 im Heavyweight ist natürlich auch keine Riese. Bin mal gespannt. Also, aus drei Niederlagen kommt jetzt nicht so viel Rückenwind auf jeden Fall. Wie alt war, das habe ich gerade überflogen. 1,80er Baujahr, 42. Okay, ähm, auf dem Papier würde ich fast sagen Pflichtsieg für, für Barlewski. Das klingt jetzt natürlich super unfair. Wenn ich vorher noch gesagt habe, ich habe den anderen noch nicht kämpfen sehen. Aber, ähm, gegen einen 42-Jährigen, der aus drei Niederlagen kommt, musst du eigentlich echt gewinnen. Und vielleicht verdeutlicht ja dieser Gegner, wie schwer es zu sein scheint für Barlewski, Gegner zu finden. Also, ich glaube, der hat auf jeden Fall, da hat man als Veranstalter in Deutschland wirklich noch Probleme. Deswegen schon auch meine Vermutung, die ich eben geäußert habe, dass das gegebenenfalls der letzte Kampf bei der NFC sein könnte. Ähm, bin mal gespannt, ob der nochmal in Frankfurt die Hütte abreißt. Und sollte ich richtig liegen, wo danach der Weg hingeht, Octagon ist natürlich immer, ähm, ja, denkbar. Ärgerlich muss ich einfach sagen, dass ich zu vielen Leuten hier nicht so super viel sagen kann. Genauso wenig kann ich was zu Afzali sagen. Ich kenne Timo Ernst, der ist ja auch erst in seinem zweiten NFC-Kampf. Also, nicht persönlich, ich weiß, wer das ist. Kommt auch aus Wiesbaden, ähm, macht hier seinen zweiten NFC-Kampf. Gegen Sadikpur heißt, hieß, glaube ich, sein erster Gegner. Hat er bei der NFC ja, äh, genau, Sadikpur ist, glaube ich, ein Brüderpaar. Gibt es noch einen zweiten, soweit ich mich, ähm, erinnere. Gegen Mass-Shoot Sadikpur jedenfalls hat er, ja, dann doch nicht so gut ausgesehen, muss ich leider sagen. Also, sehr tough sich durchgearbeitet. Auf jeden Fall, Kämpferherz für drei bewiesen. Aber in vielen Sequenzen dann doch einfach echt, ähm, ja, so ein bisschen unterlegen gewesen. Ringerisch, so wie im Striking, auf jeden Fall auch schon eher vor den Kopf bekommen. Aber vor allem Ringerisch, so Defizite gezeigt. Ich bin mal gespannt, wie auf Saleh diesen Kampf angehen wird. Timo Ernst zahlt auf jeden Fall einen Striker. Jemand, der definitiv auch über Härte kommt. Ähm, und, ja, ordentliche Bomben verteilt. Ich bin gespannt, was man ihm stilistisch da gegeben hat. Ob das, wenn es ein Striking-Duell wird, könnte ich mir vorstellen, dass es ein richtiger Funfight wird. Wenn er halt jetzt hier einen Ringer-Slash-Grappler bekommt, und hoffe ich, dass er zeigen kann, dass er an Defiziten gearbeitet hat. Aber ich würde wirklich sagen, der letzte Kampf hat wirklich Ringerisch. Und vor allem im Grappling, viel eher im Grappling, würde ich noch sagen, so ein paar Defizite aufgezeigt. Ich erinnere mich, dass er, ich glaube, in einem Leglock so ein bisschen verzweifelt war. Es gab irgendwie eine Sequenz, in der ich dachte, boah, hättest du als MMA-Profi, glaube ich, auch verteidigen können. Ähm, aber naja. Ähm, Fedor Duric gegen Mohamed Issa wird auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Ding. Einfach, weil ich Fedor Duric sehr, sehr gerne sehe. Ähm, ich hatte schon oft gesagt, von dieser neuen Garde für mich der vielversprechendste Kämpfer aus dem MMA-Spirit. Ich habe mir auch mal das Interview mit Fighting angehört. Sympathischer Kerl, definitiv. Ähm, ja, schwärmt halt sehr von seinem Gym. Das ist für mich, ähm, phasenweise so ein bisschen schwer nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Was, wenn es um Persönlichkeiten geht. Ich feiere da wirklich nicht jeden, muss ich, also auf menschlicher Ebene persönlich einfach sagen. Aber, ähm, volles Verständnis, dass man als heranwachsender Kämpfer da zu Leuten, die eben auf großen Bühnen bereits standen, sehr aufschaut. Ähm, Fedor Duric selbst ist mir sehr, sehr sympathisch. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall auch ein intelligenter Kämpfer. Bin mal gespannt, was er gegen Mohamed Issa so liefert. Und dann kommt natürlich das für mich, für mich das Main-Event, David Pichacek gegen Tyrone Pfeiffer. Als der Kampf verkündet wurde, hatte ich euch noch gesagt, ich wusste noch nichts, was ich zu David Pichacek sagen kann. Inzwischen habe ich mich natürlich so ein bisschen mit ihm beschäftigt. Ich würde sagen, in erster Linie ein Grappler. Ähm, aber ihn auf das Grappling runterzubrechen, ist auf jeden Fall ein bisschen zu einfach. Trainiert bei Aachen, glaube ich, also nah an der holländischen Grenze. Teilweise tatsächlich auch wohl mit Jarno Ernst, habe ich jetzt aufgeschnappt, ähm, der ja jetzt auch heute bereits Thema war. Hier steht noch eine Frage zu im Chat. Ähm, Jarno Ernst, teilweise Trainingspartner von Pichacek, aber wohl generell jemand, der häufig mit, ähm, holländischen Kickboxern zusammenarbeitet, welche ja wirklich, ja, eigentlich die Kickbox-Weltspitze sind. Ähm, also definitiv jemand, der auch gute Trainingspartner im Striking hat. Größer als Tyrone auf jeden Fall. Ähm, jemand, der gut mit Calf-Kicks arbeitet im Stand, also Pichacek. Tyrone wiederum eher Striker, aber eigentlich genau die gleiche Rede, wie wenn man Pichacek als Grappler abspricht, sagt man einen Satz weiter, ihn darauf zu beschränken, definitiv zu einfach. Tyrone ist auf jeden Fall auch jemand, der, der im Grappling sehr gute Fortschritte macht, definitiv. Ähm, unter Daniel Ackermann, der, ähm, einer der Mitgründer der deutschen Grappling-Liga. Also wirklich auch ein, so ein, so ein Grappling-Lexikon da als, als Grappling-Coach an der Seite. Und, ähm, ja, ich würde sagen, der härtere Puncher, Rechtsausleger, auch eine ungemütliche Sache für viele Leute. Klar, Pichacek wird sicherlich auch ein paar Rechtsausleger im Gym haben, da sich vielleicht auch spezifisch mit 1-2 vorbereitet haben, aber trotzdem ist es ein Stil, den du nicht tagtäglich bei jedem zweiten Sparringspartner vor der Nase hast. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich sollte mich jetzt hier auch nicht, also mir Mühe geben, mich jetzt hier auch nicht zu verplappern. Ich weiß grob, was, was man vorhat. Ähm, wir haben auf dem Papier, glaube ich, ein Grappler-gegen-Striker-Duell. Und, ja, ob das so einfach runterzubrechen ist, sehen wir auf jeden Fall am 30.03. Ich bin sehr gespannt, definitiv, ich habe richtig Bock auf den Kampf. Ich kann sagen, Tyrone fühlt sich gut, ähm, sieht in meiner Wahrnehmung im Sparring auf jeden Fall sehr gut aus, hat sich auch mit guten Leuten vorbereitet, ähm, ja, und Bock hat er definitiv auch. Wie gesagt, da gibt es ja auch noch einen Vlog, der so 1-2 Einblicke gibt, wo dann auch nochmal klar wird, was hat man sich im Gym so vorgestellt von dem Kampf. Bin mal gespannt, ob ich da dann einblenden kann. Worte und genau die Videobilder dazu, dass genau das aufgeht, was man sich vorgenommen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein harter Kampf wird, definitiv. Pichacek ist ein guter Gegner. Tyrone hat die Auswahl, hatte zwei Namen zur Auswahl und hat sich für ihn entschieden, weil er dachte, dass das der härtere Gegner ist, der ihn weiterbringen wird. Übrigens gibt es auch ein Interview mit Tyrone, neuerdings auf, ähm, auf YouTube. Das ich auch jedem empfehlen kann, das Video definitiv auch von den Championship Browns. Was ich aber meinte, war hier das Interview mit Fighting. Da hört ihr nochmal so ein bisschen, was er, was er, sorry, was er so für ein Kerl ist. Kann ja mal gerade durch die, durch die Kommentare scrollen. Okay, nicht allzu viele da, sehr angenehmes Gespräch, sehr angenehme Gesprächspartner. Kommt auf jeden Fall gut an. Ähm, ja, schaut da gerne rein. Vielleicht verrät er ja noch so ein paar Sachen über den Gameplan. Aber ich glaube wirklich, das könnte einer der Schaustiele werden. Hieß es vorhin auch schon im Kommentar. Ähm, sehr, sehr gutes Duell. Zwei ungeschlagene Welterweights, die auf jeden Fall hoch hinaus wollen. In einer Gewichtsklasse, die aktuell nicht so super dicht besetzt ist. Ich meine, wir sehen jetzt Kennedy, Rayomba wohl möglich gar nicht. Holodenko ist auf jeden Fall gerade verletzt. Zendeli ist nicht mehr der Champion. Wahim Najat ist, ähm, offenbar jetzt bei Oktagon. Also das könnte tatsächlich ein Kampf sein, der einen sehr kurzen Weg auch zu so einem Titelkampf ermöglicht. Wer weiß. Ich glaube, Teron denkt da tatsächlich noch nicht so drüber nach. Aber, ich schon. Ähm, Simon Schuster gegen Patrick Vespasiani wird auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Ding. Frankfurt gegen Wiesbaden auch. Zwei Leute, die auf jeden Fall auch, ähm, ja, keinen weiten Weg haben zur, zur Sywak-Arena. Simon Schuster auf jeden Fall ein relativ leichtfüßiges, ich glaube auch, wenn es ums reine Gewicht geht, relativ leichtes Schwergewicht. Ich glaube, niemand, der die 120-Kilo, ähm, Grenze allzu krass ausreizt. Vespasiani ist schon, glaube ich, der physisch ein bisschen stärkere Mann. Der auch ältere Kerl. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, auch wenn er das super gelassen zu nehmen scheint, ein bisschen besorgt wahrgenommen, dass Simon Schuster beschrieben hat, dass er aktuell kein klares Home-Gym hat. Ähm, der hat in einem Gym in Wiesbaden, Schierstein oder Biebrich, ich weiß gerade gar nicht, zu welchem Stadtteil das gehört, auf jeden Fall in einem Wiesbadener Gym, ähm, begonnen, das mit der Zeit geschlossen hat. Ich glaube, es hat Covid nicht überstanden und hat sich seitdem kein klares Gym mehr gesucht. Er strukturiert sein Training selbst, macht in unterschiedlichen Gyms mal ein bisschen Training, da mal ein bisschen Ringen, da mal ein bisschen Grappling, dahin fahre ich zum Sparring. Ist zum Beispiel auch in meinem Gym in Frankfurt immer mal unterwegs zum Sparring. Unter anderem, ähm, was, ja, mir, wie gesagt, trotzdem so ein bisschen Sorgen macht. Ich kenne seine Trainerstrukturen nicht, kann ja schon jemand sein, so ein Headcoach dabei, der trotzdem noch die klare Instanz in der Ecke ist, der so ein bisschen Einblicke darin hat, was hat er denn, ähm, ja, die Fight Week über jetzt zum Beispiel gemacht oder einfach die aktuelle Woche über. Aber es ist halt ganz schwierig, wenn du in diversen Gyms trainierst, dass sich Trainer nicht so richtig abstimmen können. Was gerade bereits gemacht wurde, haben wir den gestern hart gepeitscht und sollten wir den vielleicht heute mal so ein bisschen locker rannehmen. Solltet ihr heute ein bisschen Techniktraining machen, weil er gestern bereits zehn Runden Sparring gegangen ist oder irgendwie auf dem Airbike geknechtet wurde. Das ist halt eine Sache, die Simon irgendwie selbst so ein bisschen mit beeinflussen muss. Und, naja, keine Ahnung, dann gehst du halt in irgendeinem Gym ins Training und machst da ja einfach mit. Ähm, wie gesagt, ich habe mir zwei Interviews von ihm angehört, einfach weil ich ihn ziemlich sympathisch finde. Und er, jemand ist aus Wiesbaden, den wollte ich irgendwie mal menschlich so ein bisschen greifen können. Ähm, der scheint es sehr gelassen zu sehen. Er meint halt, ey, ich komme damit eigentlich gut klar. Ich mache mir irgendwie sonntags einen groben Plan, was ich, ähm, die Woche über so trainiere. Und, ähm, dann hat sich das eigentlich. Vor allem auch so Sachen wie Laufen und Schwimmen kann man doch überall. Also fit halten tue ich mich. Und, äh, ja, ich habe da meine Anlaufstellen fürs Ring, fürs Sparring, fürs Grappling, etc. Jemanden, der mir Pratzen hält und so weiter. Aber ich, ja, finde es schon auf so einem Niveau relativ krass, kein klares Gym zu haben. Vespasiani wiederum trainiert im MMA Spirit, ähm, was halt schon eines der professionellsten Gyms Deutschlands sind. Ich meine, man stellt sich da oft vor, dass irgendwie tolle, schicke Hallen auch zwangsläufig zu besserem Training führen. Am Ende des Tages machen die auch Pratzentraining und Grappling und Ringen und so weiter. Aber du hast halt alles unter einem Haus, unter einem, unter einem Dach. Du hast Trainings, ähm, du hast Coaches, die sich, die sich miteinander absprechen, was gerade die Woche ansteht. Du hast hochkarätige Trainingspartner. Obwohl Schwergewichte hat Vespasiani, glaube ich, auch nur, ähm, nur Balevski, der ja bereits gegen Schuster gewonnen hat und meinte, ich glaube, sich die Hand gebrochen zu haben in dem Kampf. Ich glaube, Balevski ist der bessere Strike als Vespasiani. Vespasiani wird das Ding, glaube ich, auch ringerisch lösen wollen, wenn man sich seinen letzten Kampf anschaut, gegen jemanden, der, glaube ich, aber auch kurzfristig eingesprungen ist und, ähm, in München, ich weiß gerade gar nicht mehr auf Anhieb, gegen wen das nochmal war. Aber ich habe den Kampf live gesehen. Da wurde irgendwie auch ewig ein Gegner gesucht für Vespasiani. Den wiederum hat er auf jeden Fall alt aussehen lassen. Genau, war die Empfehlung, den hat er, hat er mit Ground'n'Pound komplett zerlegt. Ähm, ich bin gespannt, wie der Kampf gegen Schuster laufen wird. Ich glaube, wie gesagt, Schuster ist so ein bisschen leichtfüßiger. Ich könnte mir vorstellen, dass Schuster Vespasiani im Stand mehr Probleme macht, als er, als Schuster es Balevski gemacht hat. Aber ich sehe irgendwie so ein bisschen mehr Schwere in den Attacken bei Vespasiani. Spannendes Ding, echt. Ähm, spannender Kampf auf jeden Fall. Auch hier für mich so ein bisschen die Frage, wo führt der Kampf hin? Ähm, vielleicht will man ja auch einen NFC-Schwergewichtstitel auskämpfen lassen. Aus den Siegern, dann vermutlich aus diesem Kampf und dem Kampf von Balevski und Burenstrup. Also, ich sag jetzt mal doof, vermutlich Balevski. Ähm, gut, Balevski gegen Vespasiani wird vermutlich kein Kampf sein, den irgendwer angehen wird. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen plump, aber die Frage ist halt auch, was soll denn ein NFC-Schwergewichtsgürtel so wirklich bringen? Ich meine, die haben jetzt hier einen Balevski, der, glaube ich, zweimal bei der Organisation gekämpft hat und man muss händeringend nach einem Gegner suchen. Okay, vielleicht bringt so ein Titel auch Prestige und lockt nochmal das ein oder andere Schwergewicht eher zur Organisation. Aber Stand jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass man einen breit genug aufgestellten Kader hat, als das so ein Titel wirklich Sinn machen würde. Aber ich habe da mal so ein bisschen was beiläufig im einen oder anderen Interview aufgeschnappt, dass sowas vielleicht ja auch denkbar sein könnte. Ähm, erstmal wird der Kampf ablaufen und ich glaube, für den Titelkampf müssten auch die richtigen beiden gewinnen. Wie gesagt, Vespasiani und Balevski nehme ich jetzt einfach mal an, würden sich vermutlich nicht gegeneinander, ähm, also würden nicht miteinander kämpfen. Aber gut, das ist ja auch ohnehin Zukunftsmusik. Ähm, zu Schuster steht noch im Chat von Heinrich Schempel, mal gucken, was er nach seinem dualen Studium macht. Denke, das hindert ihn auch aktuell ein festes Gym zu suchen, wo er dauerhaft hingeht, weil er vom Ort her gebunden ist. Weiß nicht, der ist doch mobil und ich meine, es ist doch eigentlich besser, sich einmal ein festes Gym auszusuchen, als dann irgendwie mal nach Frankfurt zu fahren und mal nach, weiß ich gar nicht, nach irgendwo in Wiesbaden-Dondendoch zu trainieren und dann nach, ich sag jetzt einfach irgendwas, Rüdesheim oder, ja, keine Ahnung, weiß ich. Nicht, ähm, aber naja, ist ja auch, wer bin ich, das zu bewerten. Ähm, es scheint ja auch in der Vergangenheit einfach gut gegangen zu sein, also von daher bin ich mal gespannt. Ähm, peinlich, ich kann auch nichts über Sayed Sadat sagen, auch wenn der Kerl offenbar im Co-Main-Event steht, aber zu Tasso kann ich natürlich was sagen. Tasso auf jeden Fall ein absoluter Haudegen, ähm, kommt um sich zu schlagen, hat ja auch in München gegen, ach, wie heißt er denn nochmal, ähm, Sayato Jim, ähm, Wortfindungsprobleme, hat zuletzt sein Octagon-Debüt in einem Opener gegeben, genau gegen Sami Sarabi gemacht, ähm, vom Gym von Sarabi sehr hart angefochten, dieser Entscheidung. Ich hab den Kampf live gesehen und hab ihn für Tasso gewertet. Für mich hat der tatsächlich so ein bisschen besser Schaden gemacht und der ist eben ein sehr entscheidender Faktor. Ähm, Tasso definitiv auf jeden Fall guter Striker. Ähm, gibt es denn so viele gute Gyms hier in der Nähe? Ja, nee, so viele nicht. Also, wenn es wirklich MMA-Gyms geht, dann würde ich schon sagen MMA-Spirit und, ja, ey, Transformers. Aber gut, für schwere Jungs, schwierige Anlaufstelle. Das ist schon eher für leichtere Leute, glaube ich, eine gute Anlaufstelle. Ich würde sagen, gegen Spirit. Aber ja, schwierig. Naja, Tasso jedenfalls gegen Sadat. Ähm, ich denke, Tasso wird um sich, wird kommen, um sich zu schlagen. Wir können uns ja, also, was heißt denke, bei ihm ist es sicher so und ich bin mal gespannt, was Sadat so an, äh, Gameplans mitbringt. Ein junger Afghane offenbar, der, glaube ich, ja, wollte ich gerade sagen, sein NFC-Debüt gibt. Okay, dann schäme ich mich schon auch ein bisschen weniger. Ähm, dass ich ihn nicht kenne, kommt aus seinem, seiner ersten Niederlage, aber hat auch bei Brave gekämpft. Ich kenne jetzt den Gegner nicht, aber ich kann nur sagen, es ist auf jeden Fall eine harte Organisation. Ähm, war der von Anfang an eingeplant? Können wir vielleicht auch mal schauen. Vielleicht weiß das, ähm, der Apology ja bereits. Aber ja, okay, hier steht zumindest kein abgesagter Kampf. Bin gespannt, ob der Afghane ein Striker ist. Wenn ja, wird der Kampf garantiert Spaß machen. Wenn Tasso Takedowns verteidigen kann, natürlich auch. Tasso ist eben einfach ein relativ aggressiver, giftiger Striker. Tasso-Kämpfe sind immer Action geladen, das wird Spaß machen. Und dann haben wir natürlich noch ein Main-Event, Max Koga gegen Pantale Taran. Ähm, ich komme jetzt auch, glaube ich, wieder so ein bisschen Hater-mäßig rüber. Ich persönlich fühle nicht so ganz, warum das ein Leichtgewichtstitelkampf ist. Ähm, ich freue mich auf den Kampf auf jeden Fall. Verstehe natürlich, dass man da so ein bisschen Prestige aufbauen möchte. Ähm, aber für mich sind das beides Federgewichte. Ich meine, wir sehen ja auch hier die Rankings. Nummer 1 Federgewicht in Deutschland gegen Nummer 8 Federgewicht in Deutschland. Pantale, ja, war im Lightweight aktiv, aber die letzten zwei Kämpfe im Federgewicht gekämpft, soweit ich weiß. Und die letzten zwei Lightweights-Kämpfe auch verloren. Ähm, es wurde sich natürlich viel darüber gestritten, ob bereits dieses Match-Up an sich überhaupt Sinn macht, ob Pantale das verdient hat. So viele Alternativen gab es, glaube ich, gar nicht. Ähm, von daher, ja, keine Ahnung, ich finde es okay. Ja, genau hier, Lightweight verloren, Lightweight verloren. Dann ins Federgewicht gegangen, da Siege geholt und kommt jetzt zurück ins Lightweight und kriegt einen Titelkampf gegen jemanden, der, soweit ich weiß, nicht einmal im Lightweight in der jüngsten Vergangenheit aktiv war. Von daher finde ich es ehrlich gesagt so ein bisschen eigenartig. Man muss halt fairerweise sagen, okay, wie viele Lightweights gibt es denn bei NFC? Ich könnte mir gut vorstellen, dass man Max Koga auch einfach ein paar Gefallen getan hat. Dass Max Koga gefordert hat, ey, keine Ahnung, mein Kampf in Frankfurt bei der NFC muss schon auch so ein bisschen Prestige haben. Ich hätte Bock, mal kein Gewicht zu machen, hoch ins Lightweight zu gehen, mich in der Gewichtstasse zu versuchen. Ähm, sucht mir da einen Gegner. Und dann stehst du da halt als NFC-Matchmaker und guckst in den Roster und siehst, ach so, wir haben eigentlich nicht wirklich viele Lightweights, die da in Frage kommen. Von daher verstehe ich so ein bisschen, dass es dann Pantale geworden ist. Ich glaube, es wird auch ein guter Kampf sein, ähm, in dem ich relativ klar Koga aber favorisiere. Ähm, ich glaube, Pantale Terran muss das Ding dreckig machen am alleresten, aber es ist jetzt auch nichts, was Koga nicht liegt. Ähm, ich glaube aber trotzdem, Koga wird einen kalkulierteren Ansatz an diesem Kampf wählen. Ich könnte mir vorstellen, dass Koga sich viel Hoffnungen im Grappling, beziehungsweise auch im MMA-Grappling macht. Also, ich meine halt, durch, äh, gute Positionen Ground-and-Pound zu finden und sowas. Ich glaube, das kann Pantale Terran schlechter. Ich glaube, er ist ein ganz guter Ringer. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ringerrecht gar nicht ein so eindeutiger Kampf ist. Aber im Striking sehe ich Koga so ein bisschen giftiger. Pantale nimmt halt auf jeden Fall motiviert. Das stimmt, das stimmt definitiv, die Nehmerqualitäten. Ähm, aber ich sehe auf jeden Fall den Unterschied bei Max Koga am Boden. Ähm, also sollte er sich, sollte er sich Ringerrecht mal in der einen oder anderen Szene durchsetzen oder irgendwie durch einen Fußfeger oder einen Trip irgendwie oder so, ähm, einen Take-Down holen, dann glaube ich, hat Pantale große Probleme. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Kerl auch ausgechokt wird. Würde mich nicht überraschen. Ähm, ja, wie gesagt, wirkte jetzt so ein bisschen Hater-mäßig, dass ich diesen Titelkampf im Lightweight nicht ganz fühle. Aber ich denke auch, es ist ja jetzt nichts irgendwie komplett Banales, da mal zu hinterfragen, warum genau kämpfen die um den Lightweight-Gürtel? Wie gesagt, als beides Kämpfer, die im Lightweight nichts gerissen haben, klingt jetzt so sehr abwertend, aber naja, halt eigentlich noch trotzdem keine nennenswerten Siege eingefahren haben bei NFC. Aber hier im Chat steht auch, Max Koga hat Narrenfreiheit bei der NFC, das denke ich auch. Wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, das ist ja herangehensweise halt, Diva, Koga schlägt das vor. Danach sucht man erst einen Gegner. Und naja, dann fällt einem halt auf, gut, so viele Alternativen, so viele Möglichkeiten haben wir gar nicht. Es gibt jetzt diese bisschen Hintergrund-Story, okay, wurde jetzt ein bisschen Beuses Blut dazu mit reingestreut, dadurch, dass Pantele ihn, ja, in der Peak-Dame besucht hat. Ich verstehe, warum man sich darüber aufregt. Also, der größte Kritikpunkt von Seiten von Koga war ja, ey, es lief jetzt zwar alles gut und ja, du bist freundlich aufgetreten, aber sowas kann halt auch eskalieren. Irgendwer anderes versteht es falsch. Es beginnt in der Schubserei. Du hattest doch auch Kumpels dabei. Sobald sich irgendwie geschubst wird, steigen die aus und dann platzt es halt doch vor meinem Laden so. Also, ich bin auch irgendwie in eine Rolle gezwungen, da natürlich auch zu schlichten, alles irgendwie möglichst stressfrei für die Gäste zu gestalten. Niemand soll irgendwie Angst bekommen, dass hier irgendwer Kopf an Kopf steht und eine Schlägerei an alleine der Luft liegt. Also, ich verstehe schon, warum man das als uncool wahrgenommen hat, diesen Move dahin zu fahren. Ich verurteile es persönlich, das ist aber auch nicht zu hart. Also, dadurch, dass er ja, ja, keine Ahnung, eigentlich nichts Böses passiert ist und Pantale sich wirklich relativ normal präsentiert hat, keine Ahnung, würde ich es jetzt auch nicht überdramatisieren, aber wie gesagt, ich verstehe komplett, warum man sich da so ein bisschen drüber aufgeregt hat. Kämpferisch glaube ich, Koga wird eine andere Klasse haben. Wie gesagt, für mich größter Unterschied im Grappling und ich glaube, das könnte dann dementsprechend auch eine harte Waffe werden. Aber ich träume genauso zu, dass Herr Pantale im Stand einen harten Abend macht. Ich könnte mir auch vorstellen, auch wenn ich gesagt habe, ah, ringerisch, bin ich mal gespannt. Ich könnte mir genauso vorstellen, dass Koga ringerisch die Nase vorne haben wird und gleichermaßen könnte ich mir auch vorstellen, dass er einfach nicht zu pinnen ist oder zu fixieren ist. Wenn Pantale vielleicht mal irgendwie ein Double-Lag durchpowert oder so, glaube ich nicht, dass Koga da irgendwie besorgt und irgendwie machtlos auf dem Rücken liegt und mit Ground-and-Point bearbeitet wird. Jemand, der Schläge nehmen kann, ist er schon auch. Okay, man kann jetzt irgendwie an den Jano-Erens-Upperkart denken, aber das war halt ein sehr stark platzierter Treffer, den er nicht hat kommen sehen, in den er richtig reingerannt ist. Also an sich, glaube ich, auch Koga wird notfalls auch ein bisschen Ground-and-Point nehmen können, vor allem natürlich im Lightweight, wo er wirklich dann auch sich null dehydrieren muss oder nahezu gar nicht im Vorhinein. Bin mal gespannt, ob einer von beiden körperlich ganz anders auftreten wird, vielleicht wirklich deutlich massiger sein wird als sonst. Habt ihr jetzt auf Social Media nicht gestalkt oder so. Wird bestimmt ein ganz guter Kampf. Die Vision ist natürlich, Max Koga dann am zweiten Gürtel in die Luft ragen zu sehen und die Frage ist, was dann passiert. Ich glaube persönlich, es ist sein letzter NFC-Kampf, aber wer weiß, was feststeht. Frankfurt wird auf jeden Fall mit, ich glaube, 5000 Leuten ordentlich Stimmung machen. Ich würde live dabei sein, werde ein paar Eindrücke einfangen für den Kanal. Schaltet auf jeden Fall bei Fighting ein. Wenn ihr nicht live dabei seid, holt euch den Pay-Per-View. Ich glaube, das wird ein gutes Event für deutsches MMA. Und mit diesen Worten würde ich dann, glaube ich, auch schon den Stream beenden. Das heißt schon, wir sind dreieinhalb Stunden.